Im letzten Mal haben sie uns lange gebraucht Drücke die ZEPT-Granaten um Feine unter Strom zu setzen Ach quatsch, brauchen wir nicht Irgendwas ist hier grau, wenn ich da durchgehe Mann, lass mich durch, lass mich durch Lass mich durch Lass mich durch Jetzt erst Nein, verdammt zu spät Oh, verdammt, ich bin dort Was ist denn das für eins? Ich bin dort Komm dir mal ein bisschen entgegen Wär ganz cool, hier oben hängt auch noch einer rum Ich bin tot Ja, Mission gescheitert Dammit Kontrollpunkt laden Lassen wir alles drin Die Slums Finde einen Weg nach oben und in die Freiheit Ich freu mich wo ein Kontrollpunkt ist Vielleicht gerade eben, wo Leute gestorben sind Ja 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 Hey, ich hab wieder nen Körper Niemand beleide ich meine Mutter Deine Mutter steht nach Mutter Niemand sagt Zahn auf dem Bild Niemand beleide ich mich So, was schließt ihr eigentlich alle auf mich? Folgen mich auch hier das mal Ähm, ja, ich bin tot Wo bist du? Hier Oh Gott Oh Gott Shit, 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 shit Hey, 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 hey WTF, was ist das für eins? Ich muss dir helfen So Oh Gott Woah Alter Was das denn? Das wird heftig Da können wir von der Seite angreifen Da gibt's ne Haus Seite rechts lang Mann, 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 Mann Mann, Mann, Mann Das wird, das wird toll A3 So I need some help here Cover me Mein Gott Stopp 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 Alter So much for an easy escape Oh, 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 verdammt Genau, sowas hast du auch noch Oh, hier ist der Roboter Hier rechts Das ist das Ding Ach da, oh, verdammt Halt dich in Deckung Ich war in Deckung Ich bin tot Ich bin gleich eh nicht mehr am Körper So Es wäre immer schön, wenn du mich wiederbelebst Ja, ich bin auch gerade Wie ich hier weiter angegriffen werde Okay Hier haben wir jetzt an dieser Stelle ein Problem Das, ja, das wird toll Das, ja, das wird toll Das, ja, das wird toll Das schaffen wir ja jetzt ne nächste Runde Nicht so offensiv gegen den Roboter kämpfen Vom Haus aus, aber auch schaff das Ja, ich glaube einfach einfach nur gerade drauf los Das ist Problem ist auch, dass Der Roboter, äh, oder weiß es von hinten welche kommen Mein Gott Hm, so much for an easy escape So Entdeckung Äh, Entdeckung, dankeschön Echt mal So So Ja Ich hoffe, ich könnte jederzeit von hinten Aber ich würde den Körper kontinieren wollen Ach, da Wow Ah, hier kommen hoch Wow Ich bin hier gerade mal ein bisschen Entdeckung Oh, hier oben ist eine schwere Waffe Komm hoch Komm die Treppe hoch Äh, ja, Moment Was war das denn gerade? Okay Wo bist du? Da Da ist schwere Waffe Ähm, ja So Ich denke die mal ein bisschen ab Aus, aus, aus Aus Boom Schakalaka So Brauchen wir Raketenwerfer noch? Ich denke mal so viel brauchen wir jetzt gerade nicht Weil es auch nicht viel würde er noch hat Äh, scheiße Äh, ich bin hier drüben Oh, 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 oh Guten Tag Von sieben von mir So, gleich bin ich wieder auf Planen dafür Einen Körper zu nehmen Okay Die da oben Ach, hier Ich weiß, dass meine äh, Mutter hier im Spielen eine Bitch ist, also Halt Ist jetzt immer so sautsam zu müssen, ich verstehe das auch Wenn man dieses Aggressionspotenzial hört, total Ja, total aggro, ne Ich finde das nicht okay Legt mal euer eigenes Leben und lasst uns mal in Ruhe Richtig Geht zu euren Familien, zu euren Frauen, zu euren Kindern und dann ist doch alles okay Genau Bin voll auf deiner Seite, Bruder So, Zielvorgabe Reiß den Arm an den Helikopter, wir sollen den Helikopter untereinander reißen Wo sind denn die Leute? Verliert ihr schon wieder gleich wieder den Körper? Hä? Ähm, wir sollen jetzt... was machen? Ähm, wir sollen jetzt... was machen? Ähm Ah, den Körper verlassen Ähm Die steht hier irgendwie Zack, ach so Oh verdammt Teleportieren die sich? Ich hab keine Ahnung Teleportationsschulde halt aktiviert Woher kommen die dann auch auf einem? Ähm, die haben auch alle nur die Send-Sprüche drauf Son of a bitch Ja, ist schön Die Bitch Aber trotzdem Ey, hier sind... Hier sind wirklich Portale, wo die durchkommen Das sah so merkwürdig aus Das sah so merkwürdig aus Behind the Barrels, ja Herzlich willkommen bei Minecraft Do the Barrel Ich geh einfach mal weiter Hallo Ich bin irgendwie gleich groß, aber... Egal Ich mach trotzdem weiter Oh, einmal...monitieren Wie praktisch ist, wenn mein Körper vernichtet ist Kann ich immer noch mit meinem... Also, der Körper, den ich besitzt, das vernichtet hast Kann ich immer noch weiterkämpfen Kann ich immer noch weiterkämpfen Ein bisschen hoch Oh Gott, jetzt muss ich nachladen, klar Oh Gott, jetzt muss ich nachladen, klar Oh, Alter Scheiße, ich hab gerade volle Möhre eine Granate abgekriegt Ich hab ihn hier Da oben ist der Kerl Komm her, äh... Ja... Wenn du nicht zurück in meine Richtung kommst, dann sterbe ich, ne? Du bist schon wieder tot? Äh...ja, denkst du... Ich sag das aus lauter langer Weile Ich wurde von der Granate getroffen, bin tot Hab ich nicht gehört, dass du das gesagt hast Ja... Dann... Ich hab nur gesehen, dass da oben jemand mit so'n Lasergewehr geschossen hat Okay... Weiter geht's Dann sollte ich vielleicht mal die Fähigkeit einsetzen, sie in die Rüstung zu geben Und du so könntest mal ab und zu mal die Fähigkeit einsetzen, sie in die Zeit zu verlangsamen Gut... Ähm... Ich starte jetzt hier? Sorry, ich bin zurück Komm Indien, 2-4, vorbereiten für Masecaps Diese Die Rüstung抽acatet ist keine mehr Hier oben ist, glaube ich, irgendeiner Geh bitte auch! Oben! NICHT ÅF DIE AKY! Sonst ist hier was im Dusch Ja, Leute, hi! da oben der kerl so eine railgun oder sowas ich komme bleibt dahinter deckung wie gesagt mal slowmo da oben ist der komm mit den körper krieg ich noch da oben noch einer ja ich muss eben mal warten bis der zeitaufbau hier ein bisschen ich habe jetzt die hälfte kann jederzeit ist wieder aktivieren soweit ich weiß du brauchst nicht warten bis vollkommen wieder aufgeladen ist wirst du nicht mehr da oben ich komme von der seite bei dir du musst mal weggehen oh gott ich bin runtergefallen der war weg schon da oben der wurde schon umgebracht nein der also bei mir war er noch da hier muss doch mal klappen also das zweite kapitel ist schon echt heftig war jetzt gerade weil ich ein bisschen vorsichtig bin da war ich gerade nicht runtergefallen er öffnen sich jetzt überall portal und da kommen die leute her und ein schluss gleich kampf kampf mir auch weiter eine dumme fix schnitzel hier schnell dumme tot bist ja das bei mir normal ist schon nix äh neuer da oben könnte der kerl sein jetzt so wieder ja und deshalb gehe ich hier gleich in deckung kampf 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 Warte jetzt erst mal darauf, dass hier für die ganze Seite einer... Oh Gott! So. Da oben. So, ich nehme gleich wieder die gesamte Zeitlupe. Ich schieße schon auf den Kerl. Und los! Ähm, ja bitte! Das hat jetzt total gebracht, ja super! Der ist tot, oder? Nee, der ist nur beschützt. So, jetzt, jetzt steht er frei da. Ich habe ihn gerade festgenommen. Ich schieße auf den Kerl. Ja, ich kann erschießen, wenn ich die Zeitlupe ja in... Nein, du kannst auch vorher schießen, weil ich ihn festgehalten habe. Jetzt musst du mir helfen. Oh nein. Ja, geh doch außer Deckung! Gut, gut hast du drücken. Die E-Taste muss ich drücken, so. Eh, gut hast du mal aus der Deckung. Boah, so, hier. So, jetzt schießt er ab. Jetzt hängt er fest. Ja, super. Sehr schön. Ja, der ist explodiert. Oh Gott sei Dank. Dann frag mich zur Zeit, wann Menschen explodieren können, aber der konnte es. Ja, der hat drei Headshots gekriegt und ist noch am Leben. Ganz toll. Wenn man bedenkt, wie viel wir abbekommen. Äh, wir haben besondere Fähigkeiten, das ist bei uns was anderes. Stimmt ja. Wir sind Prototypen. Richtig. Oh Gott. Nicht in den Fähigkeiten. Die Verkaufs sind in den Fall, der wir sehen uns nicht. Ja, ich bin in den anderen Kurs. Willkommen hier? Ja, ich bin in den Standarden. Oh ja, hier. Das habe ich leider nicht gesehen. Ey, das ist ja die Verkaufs, ich habe ihn mitgelöst. Also, ich habe ihn mitgelöst. hat so wie das haben wir auch gut hingekriegt kommt jetzt noch was schön einfach auch wie hoch wir schon sind lasst mich jetzt nicht steuern sonst stürzen wir ab wenigstens sind sich ganz locker da sehr schön haben wir das zweite kapitel auch erledigt Prozent jetzt habe ich aber schon ein bisschen mehr aufgeholt und ich hatte einmal Aggressionen war auch heute leider nicht diesmal ich bin auch bei Taktik weniger als du aber du bist immer noch der Lieblingssohn du Cheetah Abschlussbonus sehr gut Leute ich würde es aber mal sagen wir beenden jetzt für heute Abend mal die Aufnahme das waren jetzt wie spät haben wir es jetzt dreiviertel eins das waren jetzt zwei Kapitel und oh wir haben sogar die Missionszeit diesmal gut eingehalten Zeit war 22 Minuten wir haben 20 Minuten 46 gebraucht wunderbar ich bin echt begeistert ja ja Tobi hast du noch zum Ende unserer ersten Aufnahme Session etwas zu sagen ja wenn du einen Hubschrauber kontrollierst achte immer auf deinen Rücken sonst wirst du rausgeschnitten ja wo kriegst du immer diese tollen Sätze her das ist echter Wahnsinn ich bin echt begeistert ja euch dann noch einen schönen Tag tschüss ja ich sage ja ich bedanke mich jetzt erstmal für das Zusehen ich bin echt noch total im Spiel drin das ist echter Wahnsinn ja ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme Session mit dir mal gucken wann wir das das nächste Mal dann hinkriegen ja ich bedanke mich wie gesagt erstmal fürs Zusehen ich wünsche euch noch einen schönen Morgenabend Tag wann ihr immer diese Sessions so euch anguckt ja das soll es von uns erstmal gewesen sein ich sage tschüss mit Öl und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss